Stell dir einmal vor, du stehst morgens vor dem Spiegel und siehst ein absolutes Traumhaar. Dazu musst du deine Haarwelt wahrscheinlich erstmal ein bisschen auf den Kopf stellen und wenn du Lust hast, dann bist du hier genau richtig. Laila und ich helfen dir dabei, zu deinem Traumhaar zu finden. Wir sprechen aber nicht nur über Haare und Körperpflege, sondern auch über unsere Freundschaft, unseren Alltag als Frau und Working Mom und das Leben allgemein. Und immer wieder gibt es spannende Gästinnen, von denen wir etwas Neues lernen. Für deinen Körper und unsere Umwelt. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Episode im Haarweißharten-Podcast. Heute haben wir eine Gästin da und zwar die Julia. Viele kennen dich vielleicht auch unter Lustfaktor auf Instagram. Du bist Sexualtherapeutin, aber auch Buchautorin und hast auch eine eigene Praxis und bietest Online-Coachings an, also eine Menge. Und ich habe bestimmt auch einiges vergessen. Magst du dich vielleicht selbst mal kurz vorstellen? Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Julia Hähnchen. Ich bin Paar- und Sexualtherapeutin. Und genau, ich arbeite in meiner Praxis online und offline sozusagen. Mein letztes Buch habe ich über das Thema Lustlosigkeit geschrieben. Und das ist auch so ein bisschen mein Schwerpunkt in der Praxis. Das Thema Lust und natürlich die Unlust. Und genau, ich habe auch so ein paar Online-Kurse. Ja, es ist ja irgendwie da, ich finde, wenn man das Wort so hört, Lust und Unlust beim Sex, da schnalzen einem ja irgendwie gleich mal so tausend Fragen irgendwie in den Kopf. Ja, weil ich glaube, wahrscheinlich sehr viele oder die meisten von uns da ja irgendwie sich auch wiederfinden können, mehr oder weniger. Und ich das echt ein sehr, sehr spannendes Thema finde, auch so Mutterschaft und so, ne? Das ist jetzt ja bei uns auch ein Thema, bei Laila und bei mir. Wir sind ja beide Mütter und ich finde, da passiert ja dann auch immer so ganz, ganz viel. Aber mich würde es interessieren, wie du überhaupt, also vielleicht deinen Weg so ein bisschen bis dahin, wo du jetzt stehst, wo du bist, auch mit dem Schwerpunkt. Wie hat das so begonnen? Wie kam es überhaupt dazu, dass du, ja, Sexualtherapeutin wurdest? Also bei mir war das so, dass ich im Studium, ich habe soziale Arbeit studiert mit dem Schwerpunkt dann später psychosoziale Beratung und Gesundheitsförderung. Und in meinem Bachelorstudiengang damals hatten wir so das Thema sexuelle Bildung, ne? Also das ist ja auch ein Arbeitsfeld einfach von SozialarbeiterInnen, die sexuelle Bildung, also so Pro Familia und so. Und da war jemand da von der Pro Familia und hat mit uns quasi so eine Stunde gemacht, so eine Einheit, wie man es auch mit Jugendlichen machen würde. Und ja, das fand ich irgendwie total spannend und es hat mich irgendwie auch interessiert. Und ich habe auch gemerkt, okay, also über Sexualität zu sprechen, das fällt mir jetzt nicht mega schwer. Also ich habe da auch einen ganz guten Zugang zu meinem Körper. Und dann ist das Thema aber erstmal auch wieder so ein bisschen zur Seite gerückt, sage ich jetzt mal, ja. Und ich habe mich dann erstmal auf mein Studium, habe das Studium beendet, habe auch ein paar andere Dinge erstmal gemacht, habe so in Wohngruppen gearbeitet. Und das Thema Sexualität kommt dann aber ja immer trotzdem wieder auf, wenn man mit Kinder, Jugendlichen oder auch mit jungen Erwachsenen arbeitet. Und ich habe dann nach meinem Master, was ich dann in psychosozialer Beratung gemacht habe, für mich war da klar, also ich habe da eine systemische Ausrichtung gehabt, dass ich halt die systemische Therapieausbildung gerne noch anschließen möchte. Das ist ja so ein, ich sage jetzt mal auch wieder so ein relativ klassischer Weg von vielen SozialarbeiterInnen, dass man dann noch so in die systemische Therapie geht, wenn man in die Beratung gehen möchte oder dann eben Kinder und Jugend, PsychotherapeutInnen, aber für mich war klar, ich möchte lieber mit Erwachsenen arbeiten. Und dann parallel da dazu habe ich bei der ProFamilie angefangen in der sexuellen Bildung. Und da habe ich dann nochmal gemerkt, hey, das Thema, das liegt mir total, das macht mir voll mega Spaß. Und dann habe ich mich relativ spontan eigentlich dafür entschieden, die Sexualtherapie noch parallel zu machen zu der systemischen Therapieausbildung. und so bin ich dann in die Sexualität quasi reingekommen. Und dann kam natürlich das Thema Paare und so weiter und so fort. Also ich habe mich dann relativ schnell eigentlich auf das Thema Paare und Sexualität spezialisiert und habe dann, also viele Kolleginnen sind dann vielleicht eher noch in das Thema Depressionen gegangen oder Burnout oder die anderen Themen eben. Und für mich war dann halt das Thema Sexualitätsspann und habe dann meine Kurse eben demnach ausgerichtet. Und genau, so das war so der Weg in die Sexualität für die Berufliche oder für das Berufliche bei mir. Und das Thema Lust, das kam dann so ganz automatisch, weil ich halt eben ganz, ganz viele Anfragen zum Thema Lustlosigkeit habe und hatte. Und habe dann quasi einen Online-Kurs eigentlich entwickelt, wo ich Frauen dabei begleite, ihre Lust wiederzufinden, zu aktivieren. Und daraus ist dann so eine Methode entstanden, wie ich halt eben mit denen arbeite. Und daraus ist dann das so gewachsen, so ein bisschen, dass ich mich darauf spezialisiert habe und mich halt eben sehr intensiv mit dem Thema Lust und Unlust beschäftigt habe. Da kann man ja dann nochmal studieren quasi, wenn man sich auf so ein Thema, ja, spezialisiert eben, genau. Hui, das war eine lange Geschichte. Spannend. Du hast gerade erzählt, dass du Frauen da begleitet hast, aber du hast sicherlich auch Anfragen von Männern oder was sind da so die Unterschiede, die du feststellst in Bezug auf Lust und Unlust von Männern und Frauen? Genau, ich habe natürlich auch Anfragen von Männern. Also das Thema, wenn ein Mann lustlos ist, das ist halt noch viel tabuisierter. Also das ist so der Unterschied, würde ich sagen. Also Frauen sind es gewohnt, in Anführungszeichen, also leider gewohnt, sich um ihre Themen zu kümmern und also was ja gut ist, aber im Gegensatz zu Männern eben oft auch problematisch. Und da ist ein Problem und jetzt lösen wir das, jetzt gehen wir das an, jetzt hole ich mir Hilfe und so weiter und so fort. Und das ist bei Männern eben immer noch nicht der Fall in der allgemeinen Gesellschaft sozusagen. Es gibt natürlich schon Vereinzelte und ich habe auch Männer in der Beratung, die seit ein, zwei Jahren bei mir sind und die wirklich extrem sich mit toxischer Männlichkeit zum Beispiel auseinandersetzen. Aber das ist halt immer noch Einzelfälle, das schöne Wort. Genau, also ja, was ich halt als Unterschied merke, ist, dass bei mir in der Praxis halt mehr die Anfragen von Frauen reinkommen oder von Paaren eben. Und bei Instagram beispielsweise, bei Lustfaktor, da kommen dann wirklich ganz viele Anfragen von Frauen, die mir schreiben, hey, mein Mann hat keine Lust mehr, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Also das würde ich jetzt mal so als Unterschied bei der Anfrage sehen. Dann über die Frau quasi. Genau. Ja, also die dann halt sagen. Ja, also das ist spannend, ne? Das ist, glaube ich, in vielen Bereichen so, dass dann auch die Frau vielleicht mal vorfühlt oder so. Ja. Genau, aber in dem Fall ist es halt oft auch so, dass die Männer halt sich keine Hilfe holen wollen und die Frauen halt total verzweifelt sind und sagen, boah, mein Mann hat keine Lust mehr, aber der möchte auch nicht mit mir drüber reden und ich weiß jetzt halt nicht mehr, was ich machen soll. Ja, das ist dann häufig. Das ist echt ein Problem dann, gell? Genau. Ja. Wie ist es bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen? Also hast du da auch, also könntest du sagen so, hey, das ist eigentlich, spielt eigentlich gar keine Rolle, welche Sexualität man lebt? Es geht wirklich immer ums Individuum oder stellt man da auch irgendwie Unterschiede fest, dass da mehr gesprochen wird oder dass es da vielleicht gar nicht so zu so viel Unlust kommt oder hast du da auch Erfahrungen? Ja, also es hat immer was mit der Sozialisation zu tun und eigentlich nie mit dem Geschlecht, ne? Also auch eine Frau kann sehr männlich sozialisiert worden sein, also aus dieser Sicht. Genau, also ich mache da Unterschiede in der Sozialisierung und nicht im Geschlecht. Also nur Frauen lernen halt anders, die Themen anzugehen wie Männer. Männer haben halt vielleicht dann auch das Männlichkeitsideal, diese Forschung. Also da kommen halt viele so strukturelle und gesellschaftliche Themen mit rein, aber das biologische Geschlecht ist am Ende des Tages, was das angeht, wurscht. Ute hat es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, was glaube ich echt auch so ein bisschen der Klassiker ist, sage ich mal, ist, dass nach der Geburt einfach so eine typische Auszeit ist und ja, da echt so eine typische Unlust entsteht und man auch vielleicht erst mal der Körper sich natürlich regenerieren muss und man vielleicht auch nach der Geburt Verletzungen hat. Aber wenn sich das dann ja auch erst mal so einpendelt und ja, man seinen Alltag gefunden hat, dann ist es aber dann trotzdem oft so, ja, es ist dann plötzlich Stress da, weil es ist ja plötzlich eine Person mehr da, um die man sich kümmern muss und Stress, habe ich auch gehört, ist ja auch, oder kennen wir wahrscheinlich alle, ist ja ein typischer Killer von Lust. Was sind da so deine Tipps, wie man die Lust wieder aktivieren kann nach der, ja, in der frühen Elternschaft, sage ich mal, in der anfänglichen? Also da kommen natürlich ein paar Dinge zusammen. Es gibt jetzt nicht, also ich finde es immer schwierig zu sagen, mach das und dann verändert sich alles, sondern es ist halt immer ein Zusammenspiel aus mehreren Dingen. Also das Allerwichtigste ist erst mal, dass man generell sagt, okay, ich möchte was verändern. Also so wie es jetzt gerade ist, ist nicht optimal. Wir haben die Muse als Paar auch zu sagen, okay, wir wollen was verändern. Das bedeutet aber auch, dass wir uns damit halt auseinandersetzen müssen. Das ist so das erste Wichtige, weil wenn das nicht passiert, dann kann, also ich kann mir halt ganz viele Podcasts anhören. Ich kann mir ganz viele Bücher durchlesen. Ich kann mir Serien anschauen. Aber wenn ich es halt nicht umsetze, wird sich halt auch nichts verändern. Das ist halt so das Allerwichtigste. Aber wenn man sich dafür entscheidet, zu sagen, okay, wir möchten was verändern und wir sind auch ready und bereit und haben auch da, ja, den Mut, dann ist aus meiner Erfahrung so, dass man auch wirklich was verändern kann. Das ist, glaube ich, schon mal das Wichtigste. Also, dass man auch akzeptiert, es gibt eine Lösung. Also nicht, dass man von vornherein sagt, oh, das ist alles so verzwickt. Das wird nie wieder was. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Grundvoraussetzungen erst mal. Und dann ist es wirklich eine individuelle Frage. Was für Ressourcen haben wir in der Familie? Wie können wir Dinge umleiten? Was können wir uns hinzuholen? Gibt es Großeltern, die wir einsparen können? Gibt es eine Tagesmutter? Gibt es Kinderbetreuung irgendeiner Form? Können wir uns Paarzeit einräumen, wo es dann nicht um Sex unbedingt gehen muss, sondern erst mal auch um Paarzeit? Also, da ist es dann ein bisschen individuell. Und ansonsten, wenn es dann um das Thema Sex und Lust geht, da habe ich dann ja in meinem Buch zum Beispiel so eine Methode mir ausgedacht, wie man vorangeht. Aber auch das ist natürlich ein bisschen individuell. Das muss dann jedes Paar für sich halt auch noch mal gucken. Ist das der Punkt überhaupt? Also zum Beispiel ein Punkt ist auch zu verstehen, was habe ich denn für eine Lust? Was ist meine Lust? Auf was habe ich Lust? Und auf was nicht? Und das ist natürlich auch etwas, da muss man sich halt mit sich auch auseinandersetzen. Und Sexualität oder sich mit der Sexualität auseinanderzusetzen, bedeutet eben auch immer ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist halt schon auch manchmal anstrengend, ja. Und genau, also es braucht halt ein bisschen Zeit und Raum dafür. Und dann finde ich wichtig, dass man halt auch überlegt, okay, welche Unterstützung brauchen wir dafür? Ja, wenn man jetzt sagt als Paar, okay, boah, ey, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Dann wirklich auch mal einfach eine Sexualberatung machen. Also, dass man dann halt auch sagt, okay, welche Unterstützung brauchen wir jetzt? Für manche Paare reicht es, ein Buch zu lesen, für manche Paare eben nicht. Und dann muss man da schauen, was passt. Ja, ich finde das echt total spannend, weil, also ich kann jetzt ja nur von mir sprechen, aber mit mir war das schon so, dass halt durch die Schwangerschaft und Geburt und alles, was so danach kam, also mein Kind ist jetzt viereinhalb, bin ich jetzt auch an dem Punkt, wo ich mich eigentlich das erste Mal in meinem Leben und ich bin jetzt fast 37, auch so richtig frage, was ist, also wie du vorhin auch gesagt hast, so was gibt mir eigentlich Lust, was, also was ist überhaupt meine Form der Sexualität, wie sieht eigentlich die Beziehung aus, die ich führen möchte, so also mal voll weg von diesen ganzen gesellschaftlichen Formen zu gehen, um erst mal wirklich so irgendwo auch in so eine neutrale Ebene zu kommen und erst mal zu sagen, okay, was gibt's überhaupt alles oder, weil, das finde ich schon immer krass, wenn man sich da so drüber Gedanken macht, dass wir, wir das einfach gar nicht lernen alles so, also wie wahrscheinlich vielen, die uns jetzt zuhören, ging's wahrscheinlich ähnlich so, also Aufklärung in einem schwierigen Alter oder gar nicht und dann halt einfach irgendwie von Fernseh und Co. sich die, die Informationen geholt, die aber halt ja oft mit dem eigentlichen, mit der eigenen und eigentlichen Sexualität gar nicht so viel zu tun haben und wenn man dann, glaube ich, in so einer Unlust steckt, dann muss man ja echt irgendwie bei null anfangen so und dann kommen ja natürlich auch so viele Erfahrungen mit rein, die man halt dann aber als jugendliche junge Frau, vielleicht auch junge Mutter erlebt hat, die man dann ja auch irgendwo erst mal ein bisschen aufarbeiten, aufräumen darf und ich, also ich glaube, da jemanden an der Seite zu haben, das ist wirklich großartig, also ob das dann Freunde sind, mit denen man sich gut darüber austauschen kann oder eben Partner, Partnerin oder halt dann wirklich jemand von außen, dass man da so ein bisschen auch die Führung bekommt, weil das ja ein Riesenthema ist, ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde deine Arbeit wirklich toll. Ich habe auch jetzt die letzten Tage so ein bisschen einfach auch noch mal intensiver geguckt und finde auch deine, also du hast ja zwei Bücher geschrieben, ja, drei, ja. Ja, und ich finde das echt sehr spannend und auch mit dem Online-Kurs, den ich auch gesehen habe, dass du ja auch so einen kleinen Mini-Kurs oder so hast für Menschen, die halt eben über den Partner dann das, also wo der Partner eben keine Lust hat und wie kann ich da jetzt irgendwie weitergehen, weil das anzusprechen ist ja einfach schon so die erste Hürde dann in der Beziehung. Ja, total, also dieser Kurs, den du jetzt gerade angesprochen hast, das ist wirklich so auch ein bisschen aus dem Ding so entstanden, dass ich so viele Anfragen oder Nachrichten bei Instagram vor allen Dingen bekommen habe von Frauen, die mir gesagt haben, hey, mein Partner hat keine Lust mehr, was soll ich denn machen? Und deswegen ist dieser Kurs Unlust entstanden, weil ich glaube, da ist das Thema so tabuisiert für viele Frauen, weil die Frauen, also ich habe dann oft gesagt, du kannst, was könnte dir helfen, jetzt mit deinem Partner nochmal ins Gespräch zu gehen und so weiter und so fort. Aber aus meiner Erfahrung bringt das dann halt nichts. Also das Einzige, was man machen kann, ist, um, ein Grundbedürfnis von uns ist ja auch ein Stück weit Kontrolle, ja, dass wir wieder so eine Kontrolle auch über die Situation bekommen, zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach was, ja, ich fange jetzt mal an. Das kann sein, dass ich mir einfach eine eigene Beratung suche, das ist auch ein guter Weg, ne, wenn man sagt, okay, mein Partner, meine Partnerin ist lustlos, es belastet mich sehr und es darf einen belasten, ja. Dann sucht man sich erstmal selber eine Beratung und dieser Kurs, den ich da, also es ist ein Audiokurs, den ich da entwickelt habe, der geht wirklich so ein bisschen auch darum, dass man überhaupt mal so ins Anfangen kommt, ne, was für Möglichkeiten hat man denn jetzt? Und auch sehr niederschwellig eben im Sinne von, man muss jetzt nicht direkt eine Beratung, weil das ja auch eine große Hürde ist, sich suchen, sondern man kann sich auch erstmal ein paar Informationen zusammentragen. Ich habe da Checklisten drin, wie man auch vielleicht den Partner nochmal unterstützen kann. Es sind zwei Interviews drin von Menschen, die lustlos sind, von einer Frau und einem Mann. Einfach, dass man so ein bisschen auch ein Gespür dafür bekommt, okay, hey, meistens hat es nichts mit mir als Person zu tun, ne, weil das ist ja auch immer sowas, ne, mein Partner hat keine Lust mehr, es liegt an mir. Und, ähm, genau, und da habe ich eben diesen Kurs, ähm, ja, entwickelt mal, äh, weil ich da einfach gemerkt habe, boah, das ist halt echt so ein großes Tabuthema und so ein riesen Schamthema auch, ne, ja. Du hast ja auch, ja, ne. Wenn du jetzt, ähm, Aufklärungsarbeit in, keine Ahnung, Kindergärtenschulen etc. pp., ähm, wenn du das jetzt als Aufgabe hättest, wie würde das aussehen, also wie würde, oder wie würdest du dir wünschen, dass aufgeklärt wird und über, ähm, das ganze Sex-Thema gesprochen wird und auch in welchem Alter, ähm, fängt man da an oder wann, ja, wann beginnt die Scham, haben wir uns auch gefragt, schon Laila und ich, so, wann geht es überhaupt los und wie geht man damit um, genau. Also ich habe früher Aufklärungsunterricht gemacht, deswegen kann ich dir das sehr genau beantworten. Ähm, genau, also erst mal vielleicht, äh, vorne anzufangen, es sollte eigentlich nie einen Tag X geben für Aufklärung, ne, also es sollte eigentlich nie so sein, dass ich sage, okay, ähm, ich setze mich jetzt mal mit meinen Kindern hin und jetzt kündige ich das den auch noch an, morgen, morgen machen wir mal dieses Gespräch und, ähm, jetzt sind die 12, 13, 14 und jetzt wird es mal Zeit. Also so sollte es eigentlich im Idealfall nicht ablaufen, sondern, ähm, sexuelle Bildung, sexuelle Aufklärung sollte immer, ähm, von klein auf schon mitgedacht werden und damit meine ich nicht, dass man Kinder, dass man Kleinkinder aufklärt, was ist Sex, ja, das ist ja ganz klar, dass das nicht der Punkt ist, sondern es geht eben darum, ähm, zu schauen, okay, was ist denn, was ist denn vor der sexuellen Bildung wichtig und dazu gehört zum Beispiel Beziehungsfähigkeit, ja, also wie kann ich Beziehungen überhaupt eingehen und die ersten Beziehungen, die Kinder haben, sind eben meistens die Eltern oder halt andere Bezugspersonen, das heißt, ähm, wichtig bei, bei, ähm, sexueller Bildung ist immer, dass Kinder lernen, was gute Beziehungen sind. Das ist immer die Grundlage für sexuelle Bildung und von dem Punkt aus können wir uns dann weiterentwickeln. Da gehört dann zum Beispiel dazu, dass Kinder lernen, was Grenzen sind und wie man die eigenen Grenzen eben bewahrt, ja, ähm, dass ein Nein, ein Nein ist nur ein Ja ist ein Ja, ähm, und das sind halt so Grundlagen von sexueller Bildung und wenn ich das für ein Kind, ähm, ermögliche, dass es einen Rahmen gibt, wo Kinder das lernen können, unaufgeregt, ja, ähm, dass ihr Körper ihnen gehört und so weiter und so fort, dann, ähm, kann man irgendwann auch anfangen, äh, den Körper mit einzubeziehen und zum Beispiel indem man Hygiene erklärt, ja. Also das sind dann eben so die nächsten Schritte immer und dann ist es einfach wichtig, dass ich einen Raum schaffe, wo Kinder Fragen stellen können, wo es ihnen nicht unangenehm ist. Meine Erfahrung ist auch die, dass Kinder meistens, wenn sie eine Frage haben, dann ist es so eine kurze Frage und dann hat sich das Thema meistens auch schon erledigt, ja, die wollen dann gar nicht mehr wissen, nur Erwachsene machen sich dann halt einen totalen Stress und denken, okay, jetzt müssen sie komplett alles hier aufrollen, aber im Prinzip geht es echt darum, ähm, Kindern ehrlich zu antworten, was das Thema ist, was sie wissen wollen und fertig und dann kann man fragen, möchtest du noch was dazu wissen oder nicht und dabei hilft dann einfach, dass man sich als Eltern vorher informiert, dass man die Anatomie nochmal sich anguckt, ja, dass man sicher ist auch selber im Aussprechen der Genitalien, also kann ich zum Beispiel ganz unaufgeregt Vulva sagen oder habe ich da irgendwie Schwierigkeiten damit, ne, das sind so dann die, die, die Anfänge sozusagen und dann kann man Bücher zur Verfügung stellen, wo Kinder sich einfach auch ganz, ähm, ja, im Alltag einfach nehmen können, wenn sie möchten und wenn nicht, nicht, ja, und dann, so geht es dann eben weiter, ne, und wichtig ist dann auch im Kinderjugendalter, dass man Kindern, Jugendlichen vorlebt, was ist denn eine gute Streitkultur, wie bin ich mit meinem Partner, mit meiner Partnerin gut im Gespräch, kann ich Dinge besprechen, ist das okay, Grenzen zu ziehen, wie, wie streitet man überhaupt, ist das eine gesunde Beziehung, ja, also solche Themen, das ist immer Grundlage von sexueller Bildung und die Fragen rund um Sex, die sind meistens dann sehr klein, ja. Das finde ich mega spannend und auch echt, ähm, hilfreich und gut, dass du das, ähm, ja, so runterbrichst, dass das da schon losgeht, weil ich glaube, ganz ehrlich, die meisten, oder wir sind uns das nicht bewusst dessen, dass es wirklich da losgeht, so Beziehungen und, ähm, ja, dass das einfach die Basis auch für Sexualität ist, ne, so seinen Körper, seine Beziehung zu seinem eigenen Körper, ja, also ich finde das richtig, ähm, ja, wichtig zu wissen, so, hey, es geht da los und ich glaube, wir sehen das oft so begrenzend, so Sex ist, äh, ist Sex so was Körperliches zwischen, genau, also ich, ja, es ist echt so, wir, wir sind irgendwie so, ja, das ist irgendwie so ein bisschen in unseren Köpfen drin, ne, aber dass das eigentlich viel, viel früher losgeht und viel breiter gefächert ist und nicht so, ja, das, was wir eben gerade gesagt haben, nicht nur dieses Begrenzende ist, ähm, ja. Ja, und dann kommt ja noch hinzu, dass wir so Vorstellungen von Sex haben, ne, das ist immer, dass es immer um Penetration geht beispielsweise, was ja totaler Quatsch ist einfach, ne, ähm, und das kommt ja auch noch alles dazu, ne, und also ich merke das dann halt, weil ich werde dann oft gefragt, so, ja, aber ist das nicht ein bisschen weit hergeholt von dem, was ich gerade so gesagt habe, ne, ähm, aber ich habe dann später eben hier Klientinnen sitzen, die haben nie gelernt, dass ihr Körper Grenzen hat oder dass sie halt Grenzen haben, ne, und die haben dann Sex, der ihnen nicht gut tut und zwar nicht, der ihnen nicht gefällt, das auch nicht, aber der tut ihnen auch nicht gut, ja, ähm, aber sie haben das Gefühl, sie müssen das halt machen, weil, ähm, man sagt halt ja und Amen als Frau beispielsweise oder so, ja, also, und das sind dann halt schon so, ähm, fängt dann halt schon dabei an, dass man sagt, dass das Kind selber entscheiden kann, wer ihm einen Kuss gibt zum Beispiel, ne. Das sind halt eben die Anfänge für sexuelle Bildung, für sexuelle Grenzen, für eine gute und gesunde Sexualität im Erwachsenenalter und eben keine toxische Sexualität, ja. Ja, das ist krass, also ich finde, da sieht man dann aber auch, wo man einfach gesellschaftlich da noch steht und viel zu tun hat, weil wenn man so agiert und seinem Kind einfach von klein auf irgendwo zeigt, so, hey, du hast Grenzen oder das ist, du darfst das selber entscheiden und da sagen wir jetzt auch, also da ist so ein Stopp, so nur wenn du das möchtest, wie viel Entsetzen da oft von der anderen Seite dann halt kommt, ne, weil halt wirklich einfach der Größteil der Gesellschaft noch gar nicht da irgendwo angekommen ist und das, also ich finde, das ist auch echt teilweise beängstigend, auch jetzt so aus meiner Situation raus, wenn ich jetzt irgendwie so mit Mitte 30 da jetzt drauf stoße und mich damit auch auseinandersetze und auch wirklich so meine eigene Geschichte auch irgendwie so ein bisschen Versuch aufzurollen, um da einfach auch klar zu kommen und man sehr wenig Verständnis einfach auch findet oder, ja, wie soll ich denn sagen, einfach wenig Gesprächspartner eigentlich so hat, weil ja viele da eben ganz andere vor und das dann auch so abtun, ne, und ich finde das wirklich sehr bedenklich. Also ich weiß noch, ich habe damals, also da war ich noch schwanger und dann wurde mir gesagt, so hey, ich sage es dir aber gleich, wenn das Kindverdann mal da ist, dann musst du auch schauen, dass das schnell wieder im Bett läuft, weil der Mann hat ja auch seine Bedürfnisse und ich finde, es ist so das typische Beispiel einfach, wie Sexualität gelebt wird und gesehen wird und was einfach dafür Stigmata herrschen, sowohl als auch auf beiden Seiten, ja. Ja, total, also die Geschichte, die du gerade erzählt hast, die habe ich in meiner Praxis hier schon sehr, sehr häufig gehört, ne, also dass FrauenärztInnen, GynäkologInnen eben den Rat gegeben haben, schnell auch wieder Sex zu haben, nicht, dass der Mann sich dann eine andere sucht, ja, ist ja logisch, dass er das dann macht und so, ja, also ist total krass, also ich habe auch mit einer Kollegin mal gesprochen, die selber denselben Beruf macht wie ich und auch ihr hat die GynäkologIn damals gesagt, ja, also jetzt könnten sie wieder Sex haben, also es war einfach nur so eine Information, wo sie selber für sich auch schon gedacht hat, boah, krass, obwohl ich mich so gut auskenne in dem Thema, macht mir das jetzt Druck, ne, und das finde ich schon sehr, sehr spannend, also wir haben wirklich verlernt, auf unseren Körper zu hören, ich meine, da sind wir bei der Schwangerschaft bei einem schönen Thema, ne, also, oder Geburt, ja, es tut alles ganz arg weh, also das ist ja, der weibliche Körper tut ja immer weh, immer ist irgendwas, was man reparieren muss oder wo man aufpassen muss oder, ja, und das ist halt bei der Sexualität nicht anders, ne, also Sexualität, Sex tut weh, das ist ja etwas, mit dem wachsen Frauen ja auf, also ab dem ersten Mal, also viel früher schon wird Frauen erklärt, dass Sex halt eben wehtut, ist halt normal, ist aber nicht normal, Sex sollte niemals wehtun und wenn Sex wehtut und es ist egal, ob es das erste Mal ist oder das hundertste Mal, dann stimmt was nicht, außer man möchte es und es ist abgesprochen, ja, also, und das finde ich zum Beispiel halt auch so, was wir, wir bringen Menschen bei, schon bevor sie den ersten sexuellen Kontakt hatten, hey, Sex tut weh und das ist einfach Quatsch, ja, und da fängt es halt schon an und ich mache die Erfahrung halt einmal mit Schulklassen, was ich jetzt nicht mehr mache, einfach weil ich selbstständig bin und Schulen sich dann eben, ja, das halt nicht leisten können, Punkt, ja, wenn Selbstständige kommen, da kommen dann die Pro Familia und so, da habe ich ja früher auch gearbeitet und, ne, und ich mache da die Erfahrung, dass alle Fragen rund um Sexualität mit Angst besetzt sind und das hört nicht auf, weil jetzt in meiner Praxis sitzen Frauen, die auch Angst haben vor Sex, ja, und zwar nicht, oh Gott, ich habe jetzt Angst vor Sex, ich kann jetzt keinen Sex mehr haben, das gibt es natürlich auch, aber eher so, ja, es ist halt normal, dass es da kurz wehtut, das gehört halt dazu, ja, ich fühle mich da unwohl in der Position und so weiter und so fort, ne, das sind lauter so Dinge, was halt mit Unwohlsein zu tun hat, was mit Schmerzen, mit unangenehmen Gefühlen zu tun hat und wie soll man da Lust empfinden, ja, wenn mein Körper voller Schmerz ist, jetzt mal ganz krass ausgesprochen und das ist halt was, was ich hier ganz häufig die Erfahrung mache, dass Frauen sich eigentlich nie auf eine lustvolle Art mit ihrer Sexualität auseinandersetzen konnten, ja, deswegen schreibe ich in meinem Buch zum Beispiel auch, dass ich der Meinung bin, dass Lustlosigkeit auch ein strukturelles Problem ist, ja, was wir halt Frauen anerziehen auch in unserer Gesellschaft und, ähm, und dann, ähm, später uns nicht wundern dürfen, wenn wir betrogen werden sozusagen, ja, genau. Ja, und da kommt man jetzt eigentlich auch ganz gut so auf, also, wir beschäftigen uns ja viel mit Haare und halt auch Körperbehaarung und ich finde, da kommt man jetzt auch gut wieder so gleich mal zum nächsten Thema irgendwie, ja, weil das ist ja auch irgendwo sexualisiert, die Körperbehaarung, egal wo am Körper. Ähm, und ich, also da ist ja wirklich die Angst so groß, dass man jetzt, wenn man mal die Beine nicht rasiert hat, dass man dann irgendwie halt nicht sexy ist und keinen Sex haben darf und auch nur, ähm, wenn alles glatt ist, dann, ähm, dann ist es okay als Frau und am besten auch noch tiefengereinigt, keine Ahnung. Ähm, ist das auch Thema in deinen Therapiestunden? Mhm, also, man könnte jetzt ja, wenn wir so die Gesellschaft angucken, die, die, den Anschein bekommen, dass sich das ja so verändert, ne, also, dass wir mehr über Körperbehaarung sprechen, dass das irgendwie akzeptierter ist, aber ich muss sagen, in der Praxis merke ich davon recht wenig, ne, also, es hat ganz viel eben noch einmal natürlich klar das Thema, was du gerade meintest, nur mit rasiert sein und nicht, aber auch das Thema Hygiene insgesamt, ne, wer nicht rasiert, das ist unhygienisch, ähm, das riecht dann komisch, also sowieso riecht die, ähm, Vagina ja immer nach Fisch scheinbar, ne, also da kommen ja ganz viele solche Themen nochmal zusammen und, ähm, ne, also Achselbehaarung wird ja mittlerweile so ein bisschen bei Frauen auch als, in manchen Blasen als sexy empfunden, aber bei der Beinbehaarung hört es dann doch oft noch auf, ne, genau, also, ja, also ich würde das schon auch noch als ein Thema sehen bei mir, es ist dann aber häufig so ein Thema, was so, ja, von den Frauen nicht so angesprochen wird, ne, also es ist jetzt selten so, dass in der Beratung gesagt wird, ja, und, ähm, ich übrigens finde ich das voll schlimm, dass meine Frau sich nicht rasiert oder so, ja, also sowas gibt's meistens nicht, weil da sind die Männer eigentlich dann schon häufig auch ein bisschen, ähm, entspannter, würde ich jetzt sagen, aber die, da verändert sich ja schon auch was oder das ist ja oft auch so eine gesellschaftliche Vorstellung, was aber in der Realität vielleicht gar nicht für den Mann so schlimm ist, ja, also, sondern eher so diese Vorstellung davon, ja. Die Angst, ne, die dann oft im Kopf ist, ähm, so, dass man unattraktiv ist für einen Partner oder für die Partnerin, aber eigentlich, wenn man es dann doch mal ausprobiert und feststellt, es fällt ihm vielleicht gar nicht auf oder es stört einfach gar nicht, so, ähm, ja, oder einfach mal drüber sprechen, ne, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Punkt, wie kommuniziere ich überhaupt mit meinem Partner über das Thema Sexualität, über Vorlieben und so, ähm, was sind da so deine Tipps? Mhm, also vielleicht noch ein Satz zu den Haaren, was ich aber spannend finde, die Beobachtung ist, dass, ähm, Frauen, die dann berichten, dass sie zum Beispiel jetzt mal sich intim zum Beispiel nicht rasieren an der Boulevard, ähm, dass die dann sagen, boah, und ich fühle mich da jetzt total empowernd dadurch, also, das macht total was mit mir als Frau, so, ne, also das erlebe ich zum Beispiel dafür, ähm, häufiger in der Beratung, ne, genau, das soll ich noch sagen. Ja, ich würde da auch gern nochmal dann reinhaken. Ja, ähm, Hygiene, auch das nochmal anzusprechen und auch mit Intimbehaarung, die Hygiene, ähm, wir plädieren ja ganz viel dazu, dass wir halt weniger nutzen und weniger Produkte nutzen und uns wirklich Gedanken darüber machen, ob gewisse Körperteile, ähm, sei es jetzt ein anderes Gesichtswasser zu verwenden wie für den Rest oder sei es halt eben jetzt zum Beispiel irgendwie ein Shampoo für die, ähm, Vulva zu benutzen, ähm, kannst du dazu auch ein bisschen was erzählen? Also wie vielleicht sogar auch, ähm, das weibliche Geschlecht eigentlich intelligent ist und auch vieles von selbst im Grunde genommen tut, ohne dass wir halt da auch viel nachhelfen müssen und, ähm, genau. Ja, also es ist halt so, die, äh, Vulva von außen, also Haare, ähm, Haut von außen, da, ähm, gerade bei den Haaren, da kann man überlegen, ob man vielleicht irgendwie eine neutrale Seife für, ne, also keine Ahnung, benutzt für die Haare oder wenn man sich damit besser fühlt. Das ist auf jeden Fall möglich, aber auf jeden Fall kein Shampoo, also kein Shampoo, was irgendwelche, ähm, ja, aggressiven Produkte halt hat, ja, also weil es einfach ganz arg wichtig ist, die Vagina, also alles innen reinigt sich von selbst. Also wir haben ja einen gewissen pH-Neutral, also pH-Wert auf der Haut, aber natürlich auch in unserer Vagina, ähm, und der ist in der Vagina selbst eher säurehaltig, ja, und wenn wir da mit Shampoo rangehen, dann zerstören wir das eben und was dann spannend ist, meistens kommt es dann erst zu Gerüchen, ne, also durch diese Veränderung und dann ist halt so der Reflex von vielen, sich noch mehr zu waschen, ja, ähm, weil es unangenehm riecht und dann verändert man noch mehr, noch mehr, ähm, und deswegen ist einfach wichtig zu wissen, die Vagina, also von innen muss man nicht waschen, das macht die von selber. Man kann mit laubarem Wasser halt so ein bisschen ran, ähm, wenn man sich damit gut fühlt, also, ne, so gerade auch am, an der, an der Öffnung kann man da gut was machen, aber sonst macht die das von selber und bei den Haaren ist wirklich so, ähm, wenn man Haare stehen lässt, also die Intimressur, dann, äh, werden sich Gerüche entwickeln, ja, das ist einfach so, ähm, weil da eben viel zusammenkommt, also einmal natürlich die, das natürliche, die natürlichen Gerüche, aber auch, naja, man schwitzt ja auch manchmal, ne, also da passiert einfach was, es entwickelt sich ein Geruch, manche finden das, es riecht super toll und fühlt sich gut an, andere sagen, boah, das ist ein bisschen süßlich, boah, nee, ist jetzt nicht so gut, da kann man wirklich mit so einer pH-neutralen Seife ran, ja, aber also da gibt's wirklich, ja, wisst ihr, kennt ihr euch besser aus, ähm, ja, also ich würde einfach immer auf ein Produkt zurückgreifen, was pH-neutral ist, was keine Shampoo, also kein, so eine Inhaltsstoffe, die irgendwie angreifend ist und bei der Vagina selber wirklich nur Wasser nutzen, ja. Ja, ja, vielleicht auch drauf achten, ähm, und jedes Mal vor dem Reinigungsprozess wirklich auch drauf achten, wie sieht's gerade aus, brauche ich was oder brauche ich vielleicht gar nichts, weil ich, weil ja auch der Geruch sich über den Zyklus zum Beispiel verändert, ja, und vielleicht ist es auch dann heute, wenn ich abends jetzt in die Dusche gehe, wo ich sage so, ey, da reicht mir jetzt Wasser völlig aus und dann bist du halt irgendwie, ja, ein paar Tage oder kurz davor oder so und dann merkt man halt so, oh, irgendwie, es riecht komisch, keine Ahnung, kommt ja auch vor, dass man dann eben halt wirklich auch da immer individuell entscheidet. Ich glaube, das ist halt auch immer ganz gut, ne, weil oft ist ja dann so, dass wir in so eine Routine kommen und die dann einfach immer so machen, ohne halt uns Gedanken drüber zu machen. Ja. Ja, ob man es jetzt wirklich immer braucht, weil man kann ja dann, ich meine, das ist ja auch eine empfindliche Körperstelle, ja, und mit auch Schleimhäute und so weiter, ich glaube, da fährt man halt auf jeden Fall gut, wenn man sich wirklich immer bewusst für was dann entscheidet, wenn es wirklich eben sein muss. Ja, also ich würde, was die, was Vulva, wie gesagt, ne, dann, da kann man sich drüber unterhalten und wie du sagst, ne, drauf achten, ist es gerade nötig, brauche ich es überhaupt? In der Regel reicht einfach Wasser generell, muss man einfach sagen, ne, also laubarmes Wasser ist da die beste, ähm, ja, das beste Mittel sozusagen, auf was man zurückgreifen kann. Ja. Ja. Laili, du hattest vorhin, glaube ich, noch eine Frage. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich fragen wollte, aber ich, mir fällt jetzt eine andere Frage dafür ein und zwar, was sind denn so deine Top, ähm, ja, Mythen, die dir so begegnen über das Thema Sexualität? Oh, da gibt es einige, also wir fangen mal an mit dem Mythos Jungfernhäutchen, ne, dass es ein Jungfernhäutchen gibt, wo man ganz klar sagen kann, nein, gibt es nicht, es gibt kein Jungfernhäutchen, es gibt eben die vaginale Corona, die auch nicht bei allen Menschen um den Vaginal, um die Vaginalöffnung liegt, ähm, aber in der Regel ist es so, dass das mitwächst, ne, also, ähm, es gibt eben diese, man kann sich das wie so ein Haargummi, so ein Squash-Haargummi vorstellen, was eben um die Öffnung der Vagina liegt, ähm, also im Inneren und, ähm, das dehnt sich aber eigentlich in der Regel mit, wenn man wächst, ja, also auch wenn man Tampon nutzt oder auch bei einer vaginalen Geburt, bei vielen Menschen dehnt sich das auch da einfach mit und sieht danach genauso aus wie vorher und wenn sich das verletzt, dann heilt es wieder und sieht danach auch so aus wie vorher, ne, also wie halt auch eine Wunde am Körper heilt, ja, ähm, genau, also die Vorstellung ist ja häufig, dass da irgendwie so eine Frischhaltefolie mäßig ist, ne, und dann wird es zerstochen und dann ist man keine Jungfrau mehr und das ist halt totaler Quatsch, also das ist wirklich nur ein Mythos, um Frauen auf der ganzen Welt zu kontrollieren, äh, das dient für nichts anderes, ne, und, ähm, genau, also manche Menschen werden nicht mal mit einer vaginalen Corona geboren, bei manchen verändert sich das nie im Leben und bei anderen kann sein, dass sich das durch bestimmte Tätigkeiten, ne, und es muss kein Penetrationssex sein, dass da einfach sich, ähm, ja, dass halt eine Wunde entsteht, ne, also das passiert meistens dann, wenn, ähm, wenn die Vagina zu trocken ist, also wenn zu wenig Feuchtigkeit da ist, weil Reibung eben auch Verletzungen hervorbringen können, ne, also mit Jugendlichen mache ich immer ganz gerne die Übung, dass man den einen Finger mit dem anderen, mit der Hand so mal umfasst und so ganz, äh, ja, feste halt so versucht, das zu umfassen und der Finger will raus, ja, und dann merkt man schon, oh, das fühlt sich irgendwie nicht so super unangenehm an, ja, aber die Forschung, wenn jetzt da zum Beispiel Kleidgel dabei wäre, würde man ja einfach so rausflutschen und da ist es halt beim, bei der Penetration oder auch bei anderen Dingen genauso, ne, und wenn ich da halt eben nicht genug Feuchtigkeit habe und gerade bei den ersten Malen Sex kann das sehr gut sein, dass man nicht genug feucht ist, ja, einfach wenn man aufgeregt ist oder so, ja, oder wenn man vielleicht auch ein bisschen Sorge hat oder, 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 und dann kann es eben sehr leicht zu Verletzungen kommen, die natürlich auch mal bluten können, ja, klar, eine Wunde blutet, aber die heilt halt auch wieder und ich glaube, das ist oft so, ja, die falsche Vorstellung, ne, weil wenn ich mich sonst irgendwo am Körper verletze, heilt die Wunde auch, ja, und da ist es halt eben genauso. Ja, das ist so ein ganz großer Mythos. Dann der andere Mythos ist, ähm, ne, dass das Gegenstück vom Penis die Vagina ist, was auch nicht stimmt, das ist nämlich die Klitoris, ähm, aber daraus entsteht zum Beispiel auch die Vorstellung, dass, ähm, Frauen genauso einen Orgasmus bekommen bei Penetrationssex wie Männer, ne, weil das Gegenstück vom Penis ist ja scheinbar dann die Vagina und dann muss das ja irgendwie auch gleich kommen, weil wenn man den Penis, ähm, stimuliert, dann kommt man zum Orgasmus, dann ist es bei der Vagina ja auch so und das kann die Vagina auch, aber das muss man in der Regel trainieren, weil die Klitoris eben, ähm, von innen anders stimuliert werden muss, wie von außen, ne, das ist zum Beispiel auch so ein Mythos. Ähm, was gibt's noch für Mythen? Also das sind auf jeden Fall mal die größten, glaube ich, die mir oft so begegnen. Ähm, ja, dann natürlich so der Mythos, ja, Männer haben immer Lust, Frauen nie, ne, das ist natürlich auch so was. Ähm, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen. Das war auch die ganze Häufigkeit, oder? Ja, genau, die Häufigkeit, oder dass halt eben, ähm, Sex irgendwie dazu beiträgt, dass die Beziehung gut läuft oder so, oder überhaupt, dass man am Sex ablesen kann, wie gut eine Beziehung läuft und so, ne, das ist natürlich auch Quatsch. Ähm, ja, oder dass, ähm, ja, dass, dass, ähm, Menschen, die zum Beispiel asexuell sind, die haben gar kein Interesse an Sex, das stimmt auch nicht, ne, also auch Menschen, die asexuell sind, haben zum Beispiel Solosex oder finden manche Formen von Sexualität spannend, ja, genau, also gerade um das Thema Sexualität gibt es so viele Mythen, ne, so viele falsche Vorstellungen, ja. Da kann ich jetzt noch ewig zuhören, das ist echt spannend, also ich glaube echt, ja, die Welt ist voller Mythen. Ja, oder rund um die Menstruation gibt es eben auch ganz viele Mythen, ne, zum Beispiel das, ähm, wie viel man blutet, ist ja auch so ganz spannend, ne, wenn man Jugendliche fragt, naja, so ein, zwei, drei Liter, ja, dann würden wir verbluten, aber auch erwachsene Menschen haben oft diese Vorstellung, ne, oder dass, ähm, das ist ja auch ganz spannend, die Menstruation ein Reinigungsprozess, das ist halt auch Quatsch, das ist ein reines Ausscheidungsprodukt, ja, der Körper braucht es nicht mehr und dann wird es ausgeschieden. Wenn man selber das so empfindet, dass sich da irgendwas reinigt, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung, aber es hat halt eben nichts damit zu tun, dass der Körper sich reinigen muss oder so. Ja, was halt natürlich auch wiederum zu der Vorstellung kommt, dass Frauen, die ihre Menstruation haben oder überhaupt Menstruierende, ähm, unrein wären, sind, ja. Ja, das ist ja auch eigentlich ein Thema, das da echt nochmal mit reingehört auch, also das finde ich auch so spannend, also da, da haben wir, glaube ich, auch die letzten Jahre so viel darüber gelernt, also, ja, ich glaube, man fängt so an einer Körperstelle an, irgendwie mal zu hinterfragen und halt mal irgendwie vielleicht auch wirklich zu gucken, was ist jetzt der eigentliche Grund, warum unser Körper das tut und, ähm, dann kommt man ja vom einen ins andere und ich finde auch echt gerade bei der Menstruation auch, da fehlt es halt so krass an Aufklärung in jungen Jahren einfach, dass uns einfach erklärt und halt nicht nur auch den Menschen, die eine Vagina haben, sondern halt allen, was passiert da, warum ist das so, wie kann ich damit umgehen und auch da stimmt, wie du vorhin auch gesagt hast, auch das mit Schmerz verbunden, so, ne, hast halt Schmerzen oder es tut halt weh, ist halt dann unangenehm, ja, aber dass, dass man damit halt einfach auch echt einen guten Umgang finden kann, das ist, ähm, so spannend und das fließt natürlich ja dann auch wieder in das Thema Sexualität ja irgendwo mit rein, weil man ja auch erst mal dieses Körperteil kennenlernen darf, bevor man dann ja auch rausfindet, okay, was brauche ich in dem Moment dann einfach auch. Ja, also gerade um die Menstruation ist total viel eigentlich, ne, oder um das Thema Schwanger sein, werden, also, ähm, die Schulaufklärung ist häufig ja auch wirklich so eine angstbesetzte Aufklärung, ähm, Angst vor Schwangerschaft, Angst vor Geschlechtskrankheiten, Angst, 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 ne, und, ähm, also Lust findet eigentlich keinen Raum, ne, sondern eher so die, die Sorge vor etwas, und, ähm, also es führt dazu, dass Frauen bei mir in der Beratung sitzen und das, also denken, sie könnten jeden Tag in der, innerhalb des Zyklus schwanger werden, ne, und wir lernen ja Menschen gar nicht, ihren Körper kennenzulernen, also gerade jetzt, äh, in der Schule lernen wir ja nicht, wie ist ein, wie kann man denn zum Beispiel natürlich verhüten, ne, weil es ist ja eigentlich total einfach, ja, ähm, aber, nee, lieber nehmen wir eine Pille, also, ne, die Antibabypille ist für viele Menschen sicherlich auch ganz wichtig und, ähm, wertvoll, je nachdem, ob man eine Krankheit vielleicht auch hat und so, aber was ich daran, ähm, oft bemängele, ist, dass man halt, ähm, Kinder, Jugendliche nicht aufklärt, sondern dann nehmen sie das und dann sind die geschützt und das, auch das ist Quatsch, ja, weil auch dann sind sie nicht geschützt vor sexualisierter Gewalt beispielsweise, ne, und, ähm, genau, also das sehe ich halt schon als ein großes Problem, ich werde dann auch oft von Eltern gefragt, ja, was ist denn ihre Antwort, ähm, sollen wir dann den Kindern keine Antibabypille, äh, verschreiben, da habe ich gesagt, naja, das muss ja die, die, die Jugendliche selber entscheiden, ne, was sie mit ihrem Körper machen möchte und um das zu entscheiden, braucht sie halt alle Informationen und das Kondom ist ein super Verhütungsmittel, wenn ich weiß, wie es funktioniert, aber das wird halt, ähm, in unserer Gesellschaft häufig als ein, ähm, ne, dass das nicht ausreichend wäre, das Kondom, aber man kann im Monat, wenn es hochkommt, sieben Tage schwanger werden, ja, und, ähm, ich habe dann beispielsweise halt hier in der Beratung Frauen sitzen, die nehmen halt die Antibabypille, haben dann natürlich auch mit den Hormonen das Thema Lust oft, weil das hängt zusammen, es muss nicht, also ich mache die Erfahrung, viele setzen ab, dann kommt die Lust nicht sofort zurück oder kommt nicht zurück und dann ist man enttäuscht, ne, weil es gehört natürlich mehr dazu, aber es trägt eben dazu bei und, ähm, die nehmen dann seit Jahren die Antibabypille, haben aber jetzt seit drei, vier Monaten keinen Sex mehr, aber die Antibabypille absetzen ist irgendwie nicht so im, ähm, also da hat man Angst davor, ne, die abzusetzen, obwohl man gar keinen Sex hat, also es ist total spannend, was da passiert, ne, also da braucht es eigentlich noch viel, viel mehr Aufklärung auch über den Körper und wie kann ich meinen Körper lesen, weil unser Körper, der gibt uns eigentlich alle Signale, die wir brauchen, wenn wir drauf achten halt, ja. Also ich habe irgendwann mal, das ist jetzt echt schon lange her, habe ich eben die NFP, ist die Abkürzung, gell, ich kann, ich kann es aber nicht aussprechen. Natürlich die Familienplanung einfach. Ah, okay. Ah, okay. Das ist doch ganz einfach. Wow, okay, ich dachte, das ist bestimmt irgendwie einen anderen Hintergrund. Ähm, ich finde, das ist so krass, das, ich habe das nicht geglaubt am Anfang, was einfach unser Körper uns alles sagt über die, ähm, Temperatur, über den Zerfixschleim, dann, dass du einfach auch fühlst, ähm, in dich reinfühlst und fühlst, okay, was ist da los, wo liegt eigentlich, ähm, jetzt gerade, äh, der Muttermund, den kannst du ertasten und so und das dann auf, also ich habe das auch aufgeschrieben, ich, ich wollte halt so verhüten, ne, also mir ging's gar nicht um, ähm, wie kann ich schwanger werden, sondern mir wurde irgendwann mal dieses PCO-Syndrom diagnostiziert und ich dachte dann einfach so, okay, das kann es irgendwie nicht sein und ich hatte dann ganz viele Probleme mit dem Zyklus auch immer, ewig lange Zyklen, wusste nicht und so weiter und so fort und dann habe ich das ausprobiert und mich hat es richtig echt vom Sessel geschmissen, weil ich fand es so faszinierend, dass unser Körper uns einfach das aufzeigt, du weißt genau, wann kommen jetzt die Tage auf den Tag, du stehst früh auf und sagst, ah ja, okay, heute fange ich das Bluten an, so, das ist so krass einfach oder, ah ja, okay, jetzt kommt der Eisprung oder könnte jetzt heute sein und also das, ähm, ich finde, das ist eigentlich ein Muss, also das sollte jede Frau tun, einfach um ihren Körper kennenzulernen. Ja, total, was ich da krass finde ist, also ich bin ein großer Fan von NFP, aber ich muss auch sagen, dass ich es eigentlich noch krasser finde, dass wir eigentlich den, also eigentlich haben wir alle verlernt, auf unserem Körper zu hören, weil beispielsweise, ich spüre meinen Eisprung ganz genau, ich weiß, wann was ist, ich weiß auch, ob der rechts oder links ist, ja, und wenn man das weiß, dann kann man auch so super verhüten, dann muss man gar nichts aufschreiben, ne, also, wisst ihr, das geht auch so und ich glaube, dass wir einfach das echt verlernt haben, vielen, ähm, überhaupt den Körper wahrzunehmen und zu spüren und das hat natürlich auch ganz viel was mit so Schönheitsidealen zu tun, dass man immer alles dafür tut, den Körper zu verändern, anstatt ihn so, wie er ist, zu akzeptieren oder so anzunehmen, ne, ähm, und dass wir ständig da noch abnehmen wollen, da noch was und beispielsweise, was ja so auch so ein Thema ist, so Saftkuren oder sowas, das ist halt für ganz viele Frauen, ähm, gerade was den Hormonhaushalt angeht, total schlecht, ja, also auch was so das alles angeht, was wir jetzt besprochen haben und so Dinge halt, ne, also wir lernen ja eigentlich nur, dass wir unseren Körper nicht lieben sollen, nicht akzeptieren sollen, wie er ist, sondern ihn optimieren müssen und da passt halt nicht dazu, rein zu spüren, zu sagen, ah, ich hab jetzt was, jetzt zieht's gerade und dann nicht den ersten Impuls zu folgen, zu sagen, oh, das tut jetzt weh, jetzt nehme ich aber irgendwie eine Tablette, damit die Schmerzen weg sind, sondern zu, hinzuspüren und zu sagen, ah, das ist ja gar kein Schmerz, sondern da passiert halt was im Körper, ne, also auch nicht alles, was im Körper passiert, sind Schmerzen, also das finde ich halt immer so krass, auch wenn wir über den weiblichen Körper sprechen, ist alles irgendwie schmerzhaft, alles ist unangenehm und so, ne, und das ist halt schon auch, wenn ich mit SchülerInnen spreche, die sind immer alle so, oh, nee, also die, die Periode ist ganz schrecklich und ich kann das nachvollziehen, mir ging's als Jugendliche auch so, ja, ich fand das auch unangenehm, aber einfach, weil die Gesellschaft, ähm, oder halt auch das Schulsystem gar nicht darauf ausgelegt war und ist, dass Menschen menstruieren, ja, und, ja, und da kommt halt so viel zusammen und das ist halt eigentlich echt super schade, ja. Auch generell, ne, wenn man dann auch seine Periode hat, soweit ich denken kann, in der Schulzeit oder auch in der Arbeit, dann hat man immer versteckt, ist man irgendwie auf die Toilette gegangen oder geguckt, ne, mit Tampon oder irgendwie so, das war immer so was, ja, Unangenehmes vom Gefühl her, wo ich mir denke, das ist halt einfach eine besondere Zeit im Monat, wieso ist das so, ähm, ja, muss man sich da irgendwie so verstecken, ne, das ist irgendwie echt, da passiert einfach, wie du auch gesagt hast, was du in deinem Buch, ähm, schon geschrieben hast, da sind wir irgendwie so strukturell, ähm, so irgendwie sozialisiert worden, so, ne, das muss man erst wieder, ja. Verlernen. Verlernen und dann wieder lernen. Ja. Ja, das ist echt krass. Es ist halt so ein Riesenkreis, ne, also es dreht sich am Ende, finde ich, egal welches Thema man so anpackt, man findet sich dann immer in diesem Strudel von Dingen, die einfach, ja, wie wir sozialisiert wurden, wie wir geprägt sind, was uns vorgelebt wird, es ist halt dann auch immer, immer dieser Topf, so, der einfach so voll ist und, ähm, ich glaube halt voll wichtig ist es, dass wir eben darüber sprechen, deswegen war uns das jetzt auch zum Beispiel auch wichtig, dich, ähm, einzuladen und mit dir über Sexualität zu sprechen, weil das einfach dieses Tabuthema ist und, ähm, nur durch Gespräche kommen wir halt da raus. Ja, total. Ja, egal, um was es geht, sondern es geht immer darum, halt ins Gespräch zu kommen. Auf jeden Fall, da habe ich noch eine kleine Anekdote, also ich habe eine Zeit lang, also, ne, ähm, als Selbstständiger machst man ja alles Mögliche, ich habe zum Beispiel manchmal so Vorträge gehalten zum Thema Menstruation und Tabus und Mythen rund um die Menstruation und am Anfang von dem Vortrag habe ich immer so relativ laut gefragt, ob eigentlich jemand einen Tampon dabei hat, weil ich bräuchte eins, ich habe gerade mal eine Periode und das habe ich dann natürlich auch aufgelöst, ja, ähm, weil ich fragte, habe das immer gefragt, einfach um das Tabu auch ein bisschen zu brechen, darüber zu sprechen, ja. Und das fand ich auch mal ganz spannend, wie die Reaktionen da so waren. Wie war die Reaktion da? Ganz unterschiedlich, also die meisten sind dann eher so, ähm, nee, ja, nee und gucken sich so ein bisschen um und so, ne. Männer sind manchmal ein bisschen irritiert, hat die das jetzt gerade gefragt? Ja, also es kommt so ein bisschen auf die Gruppe an, aber ja, ist schon ganz spannend, also damit, ich spiele damit manchmal dann so ein bisschen ganz gerne in so Vorträgen, also ja, mache ich jetzt gerade gar nicht mehr solche Vorträge, aber ja, schon auch interessant und, ähm, das einfach auch mal so zu, in die Arbeit mitzunehmen und einfach mal laut im Büro zu fragen, hey, hat eigentlich jemand eine Binde dabei? Weil Binde ist ja auch nochmal sowas, ist ja noch mehr geschämt, ja. Ja. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, ja. Next Level wäre dann, wer hat eine, wer hat noch eine Ersatzperiode? Also, hat jemanden… Die gleiche Größe? Ja, okay, irgendwo hört's auf. Ja. Ja, das stimmt, also dieses Aussprechen von Kleinigkeiten, ne, und ich glaube, so kann man es halt aber auch üben dann, darüber mehr zu sprechen, weil es ist ja schon so, finde ich, wenn man dann mit Menschen ins Gespräch kommt, dann kann sich schon auch immer echt ein guter Gesprächsfluss entwickeln und dann so, also zum Beispiel bei Leila, und bei mir ist das ja echt so, wir sprechen halt über alles, was auch den Körper betrifft, keine Ahnung, über die Hygiene und was, was der Körper so alles tut und produziert und wir uns dann wundern oder wie auch immer und wir sprechen da einfach ganz oft drüber und trotzdem ist es dann manchmal so, dass eines, ich muss dir jetzt mal was erzählen, das und das ist jetzt irgendwie da gewesen, so, kennst du das und so, herja, das, also dann spricht man halt halt darüber und selbst, obwohl wir schon so viel darüber sprechen, hat man trotzdem, finde ich, immer mal wieder so ein Thema, wo dann halt doch vielleicht wieder so eine Hemmschwelle da ist, erst mal so kurz, ne, und … Voll. Hämorrhoiden zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ja, stimmt. Ja, das ist auch so ein typisches Thema eigentlich. Ja. Ja. Du hast … Ja, extrem spannend. Ja. Du hast auf deiner Website was geschrieben und zwar, dass du eben Menschen hilfst, ihre eigene Sexualität zu verstehen und den Körper kennenzulernen und, ja, Gefühle auch dolmetschen zu lernen und was, was meinst du damit genau? Also, und warum ist es wichtig, seine Emotionen im Zusammenhang mit Sexualität überhaupt, ja, zur Sprache zu bringen? Mhm. Also, ähm, ich fang mal vorne an, ähm, mit dem Verstehen. Also, mir ist immer total wichtig, dass die KlientInnen, die zu mir kommen, halt selber auch verstehen, okay, warum hab ich denn zum Beispiel ein großes Bedürfnis nach Sexualität, ein ganz, ganz großes Bedürfnis nach Nähe und mein Partner hat das zum Beispiel nicht so stark, ähm, weil dann können wir aufbrechen dieses, ich bin normal und du nicht, ne, weil das ist halt häufig der Fall, dass Paare zu mir kommen und sagen, ich habe jetzt total viel Lust nach Sex und du gar nicht und gesellschaftlich ist es ja normal, Lust auf Sex zu haben, deswegen muss ja mit dir was nicht stimmen, so. Und deswegen ist halt wichtig, dass wir selber verstehen, okay, woher kommt denn dieses Bedürfnis nach viel Nähe und Sex beispielsweise und das kann halt zum Beispiel auch ein Bindungsthema sein, ne, dass man als Kind eben, ähm, zum Beispiel keine Bindungsperson hatte oder eben, ähm, schwierige Bindungserfahrungen gemacht hat oder eben sehr nahe Bindungserfahrungen gemacht hat und der Partner ist eben anders und hat andere Erfahrungen gemacht und da kommen jetzt halt zwei Typen aufeinander, die, ähm, ja, unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also das ist mir halt total wichtig, dass die Klienten dann selber verstehen, warum bin ich so, weil wenn ich das verstehe, dann kann ich es auch ändern, also kann ich auch Dinge verändern oder halt auch überhaupt eine andere Haltung dazu entwickeln, ne. Ähm, genau. Und mit dem Dolmetschen, ne, ich, das meine ich so ein bisschen so, dass ich, ähm, häufig die Erfahrung mache, dass Paare sich halt ganz, ganz häufig missverstehen, ne. Also ich sehe mich deswegen so ein bisschen als Dolmetscherin auch oft, ähm, die halt quasi übersetzt, was Person A oder B meint, ne, dass der andere das anders verstehen und annehmen kann, wenn ich es in einer neutralen Position erkläre, ne. Weil dann für, für beide sich eben gesehen und verstehen und merken, okay, wir sind beide gut so, wie wir sind, wir haben nur eben dann Verständigungsproblem beispielsweise, ne. Und deswegen ist es halt so wichtig, die eigene Emotion, die eigenen Gefühle auch in Bezug auf Sexualität zu erkennen, zu kennen und zu verstehen und die deuten zu können und zu, ja, und zu verstehen, was man für Bedürfnisse hat. Also beispielsweise mache ich oft die Erfahrung, dass hier ein Paar sitzt, die Frau von sich selber sagt, oh, ich bin halt einfach so emotional, ich muss dauernd anfangen zu weinen. Und das ist total schlimm für mich und so. Und der Partner sagt, ja, das ist auch echt anstrengend und so. Ähm, die ist da emotional gar nicht ausgeglichen und so. Und das ist ganz spannend, weil, wenn ich einen guten Zugang zu meinen Gefühlen habe und viel weinen kann, dann habe ich eigentlich bin ich, emotional habe ich einen guten Zugang, ne. Ähm, aber warum ist es für ihn so schwierig, das zu ertragen beispielsweise, ne. Das könnte dann eine spannende Frage sein. Oder was braucht die Frau, um zu erkennen, dass das keine Schwäche, sondern eine Stärke ist, ne. Ne, und das meine ich halt auch so ein bisschen, wenn ich das verstehe. Und beim Sex geht es eben auch ums Fühlen, ne. Es geht ums Fühlen, ums Erfühlen, ums Erspüren. Und da spielen Gefühle eben eine ganz große Rolle. Und wenn ich aber ständig meine Gefühle wegdrücke und diese Deckel, dann, ähm, kann das halt beim Sex auch dazu führen, dass ich keinen Zugang habe, ja. Ähm, genau. Das meine ich so ein bisschen damit. Danke. Wenn uns jetzt hier jemand zugelauscht hat und sich denkt, hey, das ist auch echt ein Thema bei mir oder ich würde mich damit gern befassen, ähm, was ist deine Empfehlung, dann erstmal dein Buch zu kaufen und sich dann erstmal einzulesen, um überhaupt erstmal so ein Basiswissen irgendwie sich zu erarbeiten und wirklich vielleicht sich auch schon mal so ein bisschen, ja, zu strukturieren, um, ja, sich besser irgendwie einschätzen zu können. Und dann eben bei Bedarf zu sagen, so, hey, ich möchte aber gern doch auch nochmal ins Gespräch gehen und dann halt den nächsten Schritt sozusagen tun oder, genau. Ja. Also es ist echt ein bisschen, kommt ein bisschen drauf an. Es ist ein bisschen eine individuelle Frage. Und es kommt auch ein bisschen aufs Thema dann letztendlich drauf an. Aber erstmal ist das Wichtigste eigentlich sozusagen zu sagen, okay, ähm, da ist ein Thema und ich schaue mir das jetzt mal an, so, ne, ganz unaufgeregt und auch gar nicht so mit negativen Gefühlen besetzt. Ich verstehe, dass das oft mit negativen Gefühlen besetzt ist. Aber einfach, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt einfach mal los. Und dann kommt es ein bisschen drauf an. Also für manche Menschen ist ein Podcast wie der hier schon ganz wichtig, ne, ein guter Einstieg und die bekommen da schon Ideen und haben dann schon so, ja, eine Forschung davon, was, was passen könnte. Und dann reicht es manchmal tatsächlich. Für andere braucht es ein bisschen mehr. Ja, da könnte dann zum Beispiel ein Buch ganz hilfreich sein. Also bei meinem Buch ist es so, dass das schon sehr praxisorientiert ist und sehr viele Übungen drin sind. Wenn man da drauf steht, dann könnte das zum Beispiel ein guter Anfang sein, ne. Und für manche reicht aber auch das nicht, ja. Und manche sagen, okay, ich brauche noch mal mehr oder was Individuelleres noch. Dann könnte eben entweder so ein Coaching-Programm, so ein Online-Kurs ganz spannend sein oder dann eben eine Beratung. Also ich habe zum Beispiel so ein Coaching-Programm, da begleite ich dann Frauen drei Monate am Stück. Das ist dann so ein bisschen intensiver, ne. Das sind dann so Gruppen-Coachings dabei mit anderen Frauen, was ich jetzt als Erfahrung mache, was ganz wertvoll ist, ja. Aber das muss man, glaube ich, erleben, wenn man einfach so als Frauengruppe merkt, hey, andere haben das Thema auch. Und ich fühle mich auch allein von den Frauen da schon getragen und so. Das ist total schön für ganz viele Menschen. Aber manche sind auch nicht so der Typ dafür, ne. Das ist dann halt auch wieder ein bisschen individuell. Genau. Und dann gibt es halt eben die Beratung. Und bei der Beratung weiß ich, dass da die Hürde meistens am höchsten ist. Aber da vielleicht einfach so ein Tipp. Also guckt einfach, wer oder, ja, welche Beraterin, welcher Berater, wen findet ihr sympathisch, ne. Das ist einfach das erste Wichtige schon mal. Und wenn das passt, dann einfach mal anschreiben. Und wir zum Beispiel, bei mir in der Praxis ist es so, ich habe so ein kleines Praxisteam mit ganz vielen unterschiedlichen BeraterInnen. Und, ne, da ist für jeden vielleicht was dabei, ja. Und wenn nicht, gibt es natürlich noch andere ganz viele Kolleginnen, die das auch machen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man sich erstmal so, dass man sich erstmal sympathisch ist auf den ersten Blick, ja. Und dann halt ein bisschen guckt, okay, was hat die Person vielleicht für Schwerpunkte? Ist das das, was auch ich brauche? Im Grunde ist es so bei einer Sexualberatung meistens, dass eigentlich alle so mit allen Themen ganz gut umgehen können. Und manchmal hat man sich dann eben spezialisiert. Aber, ja, einfach mal zu gucken, wen finde ich sympathisch und einfach mal anschreiben. Bei uns zum Beispiel auf der Seite kann man direkt Termine ausmachen. Man muss gar nicht vorher schreiben, ne. Genau, also, ja, es ist ein bisschen individuell. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, mach das, das, das. Ähm, sondern guck einfach für dich, was passt, was, ähm, so vom Gefühl her das Richtige ist. Und natürlich ist so ein Buch oder so ein guter Einstieg erstmal, um überhaupt sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber man muss vorher kein, kein Buch oder es braucht kein Vorwissen, um eine Beratung zu machen oder ein Coaching-Programm oder so, ne. Ja. Ja. Und wo kann man dich finden? Ja, also, ich bin natürlich bei Instagram aktiv, ähm, unter Lustfaktor. Aber einfach auf meiner Website, ähm, juliaminushähnchen.de. Da findet man mich. Ja. Schön. Vielen Dank, dass du, ja, Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Es war wirklich super, super spannend. Total spannend. Ja, ich danke euch für die Einladung. Sehr spannend, ja. Sehr gerne, sehr gerne. Danke dir. Danke euch. Ciao. Schönen Tag noch. Ciao. Tschüss. Vielen Dank. Wir hoffen, du hattest Spaß beim Hören der neuen Podcast-Folge. Und wie immer freuen wir uns über eine Bewertung auf Spotify oder auf iTunes. Und wir freuen uns auch immer wieder, wenn du unseren Podcast vielleicht jemandem empfiehlst, der ihn noch nicht kennt. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.